Herzlich Willkommen beim Audi Summit 2023. Ich habe schon viel über sie erzählt. Sie hat Höhen und Tiefen erlebt in ihrer sehr beeindruckenden Karriere. Zweifache deutsche Meisterin, DFB-Pokalsiegerin, englische Meisterin, als Profi-Fußballspielerin. Sie war die Kapitänin der österreichischen Nationalmannschaft, hat diese Mannschaft zu Höchstleistungen getrieben bei der EM 2017, mit dem diese Mannschaft auch Geschichte geschrieben hat. Sie weiß, was es heißt, Veränderungen zu spüren und zu erleben. Change, Problem oder Chance? Freut euch mit mir auf Viktoria Schnaderbeck. Herzlich Willkommen auch noch mal von meiner Seite, so offiziell. Es freut mich wirklich sehr, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich habe damals mit sieben Jahren angefangen, Fußball zu spielen, mit 31 Jahren meine Karriere beendet. Ich mit meinen 32 Jahren, also ich habe 25 Jahre von diesen 32 Jahren im Fußball verbracht, was eine große, große Zeit ist. Und darüber habe ich oftmals in meiner Karriere Sportlerinnen und Sportler, aber vor allem Fußballer und Fußballerinnen kennengelernt, die nach ihrem Karriereende entweder in ein Loch gefallen sind oder wirklich eine komplette Existenzkrise gehabt haben. Und ich habe oft genug gehört, warte mal du einmal, Vicky, bis dir das passiert. Warte mal du, wenn du dein Karriereende hast, vor welchen Problemen du stehen wirst. Und ihr könnt euch vorstellen, 25 Jahre im Profifußball, dann hörst du und siehst du diese Sachen, muss ich euch ehrlich sagen, ich habe riesen Respekt vor dieser Entscheidung gehabt, vor dieser Veränderung und vor diesem Schritt, irgendwann die Karriere zu beenden. Und ich habe mir auch oft so die Frage gestellt gehabt, welche Probleme werden vielleicht auf mich warten oder welche Krise, vor welche Krise werde ich stürzen. Jetzt da, in Retro-Perspektive, kann ich aber sagen, dass ich umso näher es zu diesem eigentlichen Karriereende dann gegangen ist, immer mehr folgende Gedanken gehabt habe. Ich habe gemerkt oder mich dabei erwischt, dass ich mir immer die Frage gestellt habe, warum muss das jetzt eigentlich auch für mich zutreffen? Wer sagt, dass das für mich ein Problem und vielleicht nicht sogar eine Möglichkeit ist? Und jetzt da, fast ein Jahr später, ich habe letzten Sommer meine Karriere beendet, kann ich euch wirklich von tiefstem Herzen sagen, dass es keinen einzigen oder dass es keinen einzigen Tag gegeben hat, wo ich meine Entscheidung bereut habe, dass es keinen einzigen Moment gegeben hat, wo ich dem Fußball nachgetrauert bin, da irgendwie wehmütig geworden bin, beziehungsweise in ein Loch gefallen bin. Und was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Der Moment, wo ich für mich erkannt habe, beziehungsweise was für mich wirklich Klick gemacht hat und ich gemerkt habe, dass das Karriereende für mich jetzt gar keine Bedrohung dargestellt hat, sondern eigentlich neue Möglichkeiten, oder dass ich gemerkt habe, das könnte ja neue Möglichkeiten geben, vielleicht andere, aber neue Möglichkeiten. Das war der Moment, wo ich wirklich loslassen habe können, wo ich mit reinem Gewissen diese Karriere, diese schöne Zeit hinter mir lassen habe können und sozusagen mich auf diese neue Veränderung einlassen habe können. Und dadurch habe ich eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache jetzt relativ spät erst gelernt, besser spät als nie. Und zwar, du hast immer die Wahl, ob du Veränderung als ein Problem oder als eine Chance siehst. Wann ist eben Veränderung notwendig? Oder wann ist es vielleicht Zeit, dass man sie umorientiert? Dass man was anderes macht? Dass man eben einen anderen Weg einschlagt? Um eben vielleicht auf dieses Thema Karriereende nochmal kurz einzugehen. Ich habe natürlich immer gewusst, dass irgendwann der Tag X kommt. Man weiß aber nicht, wann für einen selber der richtige Zeitpunkt ist oder gekommen ist. Ich habe oft zu diesem innerlichen Wunsch gehabt, dass ich meine Karriere selbstbestimmt beenden kann. Dass ich nicht durch irgendwelche externen äußeren Einflüsse sagen muss, ja, jetzt war es es leider. Jetzt war es das. Und meine Erkenntnis daraus und um die Frage einmal zu beantworten ist, dass Veränderung dann notwendig ist, wenn du es in dir drinnen spürst. Wenn du dieses innere Gefühl hast, dass es Zeit ist. Und was ich dadurch eigentlich gelernt habe, ist, dass du manchmal wirklich die Zeichen erkennen musst für Veränderung. Nicht nur dann, wenn du demotiviert bist, sondern eben auch dann, wenn du unterfordert bist. Wenn du merkst, du stehst an. Wenn du dich nicht mehr entwickeln willst. Und jeder, das sage ich immer, hat die Chance und hat die Wahl, das habe ich vorher gesagt. Aber wenn du die entscheidest, weiterzukommen, das Beste aus dir rauszuholen, dann musst du dir, glaube ich, auch in der Hinsicht treu bleiben. Aber, und das möchte ich auch ganz klar sagen, es wäre gelogen, wenn ich jetzt eigentlich allen erzählen werde, das ist alles super gewesen. Und das habe ich so gemacht. Und dann ist die Veränderung gekommen. Und hier habe ich unterschrieben. Ich meine, ich glaube, es ist verständlich. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe oftmals Zweifel gehabt. Ich habe Ängste gehabt. Ich habe Skepsis gehabt. Und ich habe mich oft hinterfragt und gedacht, ist das wirklich der Weg, den du gehen willst? Willst du dir das wirklich antun, Vicky? Ist es das wirklich wert, das Ganze aufzugehen? Und irgendwie habe ich mich wiedergefunden, als ich mir die Frage gestellt habe, elf Jahre später, als dann die Entscheidung aufgekommen ist oder die Wahl, willst du zu Arsenal gehen? Habe ich mir auch gedacht, ganz ehrlich, Vicky, warum bleibst du nicht in München? Du wirst dort wahrscheinlich auch erfolgreich sein, hast auch deine Komfortzone. Und warum tust du das eigentlich an? Jetzt musst du die neue Sprache lernen, musst du die neu einfinden, jetzt hast erst etwas aufgebaut. Aber Gott sei Dank habe ich es gelernt, würde ich mal bedeuten, diese Fragen und die Zweifel, die immer wieder aufkommen sind, dass ich die richtig einordne und dass ich auch irgendwie verstanden habe, dass die dazugehören. Und witzigerweise haben mich diese Zweifel manchmal auch immer wieder anderen, weil ich mir dann gedacht habe, okay, wenn du jetzt diese Zweifel aufkommst, dann zeigt sozusagen den Zweifeln, dass du stärker bist als sie. Ich glaube, dadurch ist es mir auch eben gelungen, immer wieder den Mut zu besitzen, tatsächlich die Veränderung dann auch offen dafür zu sein. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich aus der Situation gelernt habe, das ist, dass du dir bewusst sein musst, dass Veränderung einfach unbequem sein kann. Es ist einfach so. Wir kennen sicher alle diese Leute, diese unbequemen Leute. Was ich damit meine, wir kennen alle die, die immer irgendein negatives Wort haben. Die, die bei jeder kleinen Veränderung schwarz sind, die zehn Gründe kennen, wie so ein Plan nicht aufgeht. Aber gerade in Zeiten dieser Veränderung ist es so wichtig, aus meiner Erfahrung oder aus meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung, diese Leute einfach zu ignorieren. Und dazu braucht es meiner Meinung nach Leute, die die Buschen. Und deswegen habe ich wirklich für mich diese Erfahrung gemacht und diese Lektion gelernt, dass du in Zeiten der Veränderung, Zeiten der Krisen, was auch immer, dass du dir ein persönliches Erfolgssinn aufbauen musst, dieses pflegen musst, weil letztendlich sind es diejenigen, die mit dir deinen Weg gemeinsam gehen. Jetzt haben wir geredet, was es braucht. Du brauchst einerseits das Bewusstsein, dass Veränderung unbequem ist. Du brauchst dein persönliches Erfolgssinn, musst dieses definieren und aufbauen, damit die mit dir eben diesen Weg gehen und vielleicht auch dich auf der Extrameile unterstützen. Aber wenn du eben diese Extrameile gehst, wenn du alles reinlegst, wenn du Risiken auf die nimmst, wenn du all in gehst, dann wirst du zwangsläufig auf Hürden stoßen. Du wirst hinfallen und du wirst einmal scheitern. Das Entscheidende ist doch, wie wir damit umgehen, wenn wir unten sind. Und genauso ist es doch bei Veränderung. Wenn du Veränderung erfolgreich erzielen willst, dann musst du in deinen Prozess vertrauen, dann musst du in deinen Prozess, aber auch in deinen Weg Glauben finden und Vertrauen schenken. Weil nur dann hast du verstanden, dass eben manchmal ein Schritt zurück notwendig ist, damit du dann zwei Schritte nach vorn kommst. Und ich sage euch eines, wenn wir über dieses Thema Change-Veränderung reden und ich jetzt ein bisschen auf meine Karriere zurückblicke, es gibt nicht so viele Sachen, auf die ich stolz bin, aber auf eine Sache bin ich tatsächlich ein bisschen stolz und das ist, dass ich immer wieder diese Zeichen erkannt habe für mich und auch den Mut aufgebracht hatte, Veränderung in den entscheidenden Phasen durchzuführen. Obwohl, und das sage ich euch ehrlich, die meisten immer gemahnt haben, dass es eh nicht gut wäre. Aber dadurch habe ich eben gelernt, dass man manchmal eben diesen Schritt aus der Komfortzone wagen muss, um eben was Größeres zu erreichen. Wenn du es nie versuchst, wirst du es auch nie wissen, welche Chancen vor dir legen. Vielen Dank.